Wir finden auch in Römer 3, in Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, Vers 8 und 9, weil ich war 8 und 9 und 20, weil wir das mal lesen müssen. Und Gott sind gut. Wenn es Gott sind, euer umbordet sich vom Himmel, ever all die Gottlosigkeit und allgerechtigkeit von den Menschen, die die Wortheit und allgerechtigkeit holen. Wenn es dort, wird einer von Gott weit, als ein umbordet, wird Gott ein und das umbordet haben. Wer sind, euer sechbordet, sind ein ewig grof in Gottheit, wort von der Welt ihre Schöpfung gesein'en und die Wurken erkannt, wort du gemerkt sehend, sodort sie keinen Entschuldigung haben. So, erstens war der Träger in der Verschachthändler, sagt, wer ist Gott sind, euer umbordet sich vom Himmel, ever all die Gottlosigkeit und allgerechtigkeit von den Menschen, die die Wortheit und allgerechtigkeit holen. Ich glaube, die jene Plotische-Bibel, oder die andere Plotische-Bibel, die sagt, abholen, und das nicht reicht, das soll sein holen, und ich will ein bisschen erklären, warum. So, das hat nichts zu tun, mit, von der, wir haben Gott's in Wurden, und wir haben Gott's in Wurden, viele Sprachen, wir haben das in Engels, wir haben das in Spanisch, wir haben das in Hüde, wir haben das in Plotisch, wir haben das in Plotisch, ein paar verschiedene. Und so, wir haben so viel, so viel Weh, dass wir können studieren, wir können die Wortheit weiten, und das soll man nicht, von dem Wort das reden, wenn es sein wird, dass Gott in Euer umbordet sich vom Himmel, ever all die Gottlosigkeit und allgerechtigkeit von Menschen, die die Wortheit und allgerechtigkeit holen. Das redet von, die Wortheit, was wir kennen, von Gott, natürlich. Du hast, du hast, eine Wortheit, was jeder Mensch hat, was jeder Mensch holen hat, ich will es dort sagen, was jeder Mensch hält, wenn er schon in der Welt gekommen ist, der weit eine gewisse Wortheit. Und das heißt, dass du ein Gott hast, dort heißt, dass du ein Reich und ein Reich hast, dort heißt, dass Gott eine Gott allein geben, sondern wird erreich, und Gott wird Stufen und erreich. Da wir reden von, an das Wortheit, als der Oya, oder Gott sind Oya, umbordet sich vom Himmel. Wenn wir an den Denken, über die ganze Welt, über so viele Menschen, die nicht gut Gott sind, wurde hier getan, die weiß nicht gut, dass du in der Bibel hast, aber doch, die weiß nicht, dass du ein Gott hast. Die weiß nicht, dass du ein Reich und erreichst. und erreichst. Und von der und in der Sinnachschule ist, ist Carlos von Reden von der Tor, der Tor, der Bühne hat, über 100, vielleicht 150, 200 Jahre, nur dem Sinnflut, hat doch und erreichst. Wenn er sich hier etwas verbringt, dann hat er ein bisschen Unerschiss. Und so, ja, er war das Versprechen, dass der Teil des Meier würde so ein Sinnflut geben, aber doch, ihr Sinn, ich hab ihn, und ihr Sinn, der war der Bühne oya, wie weit von Menschheit, von Etid, von Oram, der Sinn war oya, was Gott die Überschwung brach, und dann nur dem auch, die Menschen, die vermieden sich weiter, waren immer neue Menschen, und die Sinn, der war auch sein, war der Oya geworden. Und das Oya war uhrend oben bohrt von Himmel. So, so, Nimrat selbst, leide wieder in Torm bühnen, die wüsste, sei Gott, dass er gesinnlich hat. Und die war auch sei Gott an oya gedacht, und wenn Gott erschafft, die Menschen gestuft, dann war der war der. Die haben nicht geglaubt, die versprechen, was Gott gebt, so, den Tormel meier wurde, aber sie wissen, dass er mein Sinn hat gestuft, unser Sinn hat gestuft. Wir haben Gott gesinnlich und Gott hat uns toll, den sind euer an und das macht gestuft, wer wir uns reit machen, wenn sie war. Und so, das ist Carlos der rief in den. Und so, da ist nicht, dass die Worte abholen, so ist die andere Bibel, das sagt, wenn die Worte abholen, da ist dort so fanden passiert, in Gott sind euer Assog, ob so eine Menschen wird dort haben, du sind hier in der Kirchen Geschichte, wo Menschen haben Bibeln, andere Menschen die Bibeln verbrannt, wo Menschen haben so geschuft, Gott Worte abholen. Aber das ist nicht von hier reden, das ist bloß dort wieder holen, dort wieder haben, das Wort hier holen, das ist das Griechische Worte, und in Thessalonica wird reden von wie sagen die prophezeiung soll wie priefen, sollen not proben, sagen es nicht wahrlich von Gott aus, und was es gehört als soll holen, das soll ihr Worte tun so. Und so jeder Mensch auf Welt der Haft Worte hat. der Worte Gottes hier haft oder nicht, der Haft gewassert Worte hat Haft und dort so sagt das zu sagen über die ganze Welt warum Menschen proben ihre Sinn zu betonen. Die weiten haben Gott gesinnig und die wollen dort ein und ohne zu betonen. Und die nächste paar Felsen dreht von dort das sagt Gott nicht sein der erst zu sein und die sind gemerkt sein. Paul ist hier so ein Räumer der wird bloß klar merken dort sind es klar Menschen weiten dass ihr gesinnig haben und Menschen weiten dass die ein Mensch weiten gesinnig aber vielleicht nicht weiten wo wird streng was alles tun und besonders Gott sind gesinn das bringt bloß noch viel euer wo ihr neidig an es fehlt. Wir haben Räumer Kapitel 2 mit Feuer wird hier so. Räumer Kapitel 2 sagt du wer kost du die nicht entschuldigen oh Mensch wer immer du bist da du reichst willst wenn du einen anderen reichst verdammst die salz willst du da du reichst dest du salz ja na haben Polis der bringt salz argument röd ähm äh äh glaub dass immer sehr wichtig dort wie dort wie Meier von nicht bloß den Kapitel Kapitel haben Menschen den nennen aber das ganze Bräuf Polis half half and Plun von von Anfang but ein kreik wort er röd bringen und er bringt das in Räumen röd wenn Menschen der wird Gottes lesen dann die lesen röd 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 und wo man sehen in dieser röd entfernt der kräg den Punkt wo Gott röd bringen kann nicht sein wenn er nimmt das ganz Bräuf nicht tobt das eint so hier in Räumen Kapitel eint ist Gott uns wiesen dass jeder Mensch wei durch Gott der Kreatur saß der bewies durch Gott nicht bloß dort Gott sind oja er wird den Menschen sagen wo die Worte hat holen und an die Eurekt hat und meint so werden die weiten bete aber die don nicht bete and so wir waren jeder Mensch wird gerecht für dort wird die bete wissen was die hod soll tun und aber nicht dat du wein koste die nicht entschuldigen o Mensch beämmert du bäßt da du reichst während du ein anderen reichst verdammst du die salz wirst du der du reichst der salz so die bewiesst auch nach wo klar wir reichen reich weiten werden es leichter zu sagen was andere reich hat und wir sagen an salz nicht und das wird hier pro früter bringen wir können sagen hey Jan Jan der hat nicht so zu hund reden sind der frühe oder was immer kann wir sagen was er reichst aber fährt wenn wir salz dann fährt wir immer so wir hatten ihr sagt er fährt oder was aber es war der blösen bewiesst dass wir bet weiten vers 2 aber wie weiten dort Gott sin reich es wort hoff dich jen da die sonne dinge donnen und denkst du oh mensch da du die reichst wird sonnen und das dot salje dort du von gott sin irdeil ut kleben wosch oder verarst du den richtum von sin leift lich hat geduld und lang mit un unter weiten dort gott sin go sti to de büse lädt so gott sin go gott sin barmherz gott sin leif for sin schap von haf as for uns to de büse lädt gott well ha dat we sa not sin ken wo we are chan dort wie sin dik han en wo sa neudig uns den sin gen feilt but so witte das nach ola wo witte nan natürlich religion dat would religion ver und dat hafen sa negative or menschen bloß negativ wer ich dat word meint bloß what we glauben den glauben what we what we han besonder on god on an person god du is an falsche religion du is an dode religion and du has an goda religion du is a natürlich religion and dort has von order kia new best von reden dem den natürlich religion dort wird jeder manch von got weit wird nicht die bibel haf und bibel as to engloven what in mannschaft as in dort as reich over over what not all explain what 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 dot ains imo kon zann so verse verse 5 verse 5 den Euer ab für den Dach von Euer in der Überbauung von Gott sind gerechtet gerecht. So, du hast, so wie gesagt, wie Menschen weitreichend erreicht und Gott sind Wut, das heißt durch Gott, aber du hast noch einen Dach, wo Gott sind gerecht, gerecht, was über Bord war, und für uns, wir haben noch Gott sind Wut, so wie weiten noch viel mehr von dort, aber du hast noch einen Dach, wo das noch ganz klar wird, wo Gott, jeder Mensch wird wissen, wer Wut, der Halt verdient hat, und was er alles hat gerecht. Warte, das redet noch nicht von Gnud, das redet noch nicht von der Erratung, von der Sinn, Polisien Argument, das ist noch einmal bloß von, weil ich wissen, wo Kreatur Gott bewiesen hat, dass Gott ist, das wir alle weiten von erreichen, erreichen, dann werde ich auch noch krägt, die alle Dach begonnen, das wir selbst persönlich oder gesündigt haben, hier ist noch keine Gnud, wir werden noch wiederlesen. Versaß, Dei du einem giederen tunen wort, du nur aus sinnen worgen sind. So Gott wort an giederen tunen du nur aus sinnen worgen sind. Warte, wir werden hier nicht proben, dass ihr wird leben, das Vergebnis, das Genut, hier so, und das Tags nicht zu drehen, wenn das nicht, was Polis hier will tun, Polis will krankwiesen, wo schuldig wie sind. Und so Gott wort krankwiesen tunen unsere worgen. Warte, wenn ich und denke, wenn Menschen bloß eine Frage würden rütteln und nicht verstehen, wo die Frage nahe geht, das ist in dem Neue Testament, das ist all Polis und breit der Räume, und hier sagt er, du in jedem tunen wort tun es seine worgen. Ich habe unsere Gedanken gut und eine Räume auf 5, wo wir denken, wir sind nicht die worgen geraten, das ist ganz direkt genug, und dann messen, das spätsel, okay, das war der Sprechseck, hier sagt ganz klar, Gott wird tun, unsere worgen nur. Ich werde noch wieder lesen, Vers 7. Ich werde leben für dich, wird unhollend mit dir in herrlich hat und ihr in anstorflich hat siegen. So so wird du in herrlich hat und ihr in anstorflich hat siegen, nicht bloß Björn, nicht bloß ein Bessie, aber wird unhollend mit dir diese Dinge siegen. Ich werde leben. Da red hier nichts von genug, da red hier nicht von von dort wie sind kort gekommen, aber das red nichts von wo wir gerats haben. Hier bringt der Gesatz bloß Chlora und Chlora rüht, wo streng Gott sein Gesatz ist. So wir leben und dort werden von Anfang an in Holland mit du und gehen in der Herrlichkeit und ihr und Anstorfligkeit gesorgt. Aber wie weiß wir nicht. Jetzt wieder Vers 8 Aber für dich wird strieh darst gesandt und die Wahrheit auch eier hüresam und die Eier 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 Ich hoffe, wir können es alle sagen, ich hoffe, wir können es alle sagen, dass wir ach, ach wie die eier hüresam wird der Wort hat, ach wie die leib eier 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 und so Gott wird in eier als Abmü aber wir wollen nicht die genug hier nennen das nicht Polis Argument hier Verschne ein Triebsel und Angst über jeder Menschen soll die du beise täht erstens zu den Jüden und auch den Griechen so ein Gläu war in der ohne Protis die sagt du er beise blieven oder besinn blieven oder was er war dass der Ewa Sater hat nicht gestimmt dass hier so sei Schwarten wird steht dass hier bloß plump sei dass Triebsel und Angst über jeder Menschen soll die du beise täht erstens zu den Jüden und auch die Jüchen kregen dann werden wir in der Schule wieder durch die Geschichte von Abraham Isaac und Jakob und wir sehen wie abend dass Gott ist Gott will die Welt sehen und das Lohn versprechen und dort hier würden sie sehen aber hier kann sein dort Gott sind euer wie ab da ist ab die Heden die nicht gehören wir so war das ganz Schwarten wird das Gott sind gerecht über den Menschen Triebsel und Angst über jeder Menschen soll die du beise der ist zu den Jüden und auch den Griechen aber Herrlichheit und ihr entfried an Jüden die Götet wird erstens zu den Jüden und den Griechen so war schwarten wird die wird beise tun die Gott sind euer die wird Götet tun Gott seine Herrlichheit ihr entfried es ab eint first auf wirst du hast kein Ungescheid von der Person wie Gott Gott war bloß klar merken dort Götet ist die von Oberholms in Kommen sein oder von den Häden sein dort wird gesündigt sein und Gott ist nicht gesündigt sein und für ihr und für ihr leben wir wissen Gott du hast nicht einer aber das nicht wird Polis hier in Jerusalem rüber bringen der war bloß dort klar merken wo schuldig der Menschheit ist Versch 12 aber so viel es ohne gesündigt haben die wollen auch ungesündigt verloren gehen und die ungesündigt haben die wollen durch dort gesündigt verurteilt werden so war die 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 blüßt mit top füten die sind oder schuldig die wird ungesatz gesündigt haben die sind schuldig dafür die wird ungesatz gesündigt sein die gesatz gericht worden Versch 13 Versch 13 Versch 13 Versch 13 gesatz die du nicht gesatz haben so du sagst in der gesatz sein wird die ganze welt die von der türen proben die dinge zu holen und da war das bewies das eu von was von himmel oben bord ist und das Wort hat nicht holen dann in gerecht hat wenn wir nicht tun wird wie weit in reich hast denn es gott sin euer eber mensch hat und dort weiten die menschen die hätten weiten dort un gott sin word wo wo du bewiesen dort wo ich vom Gesatz und er horten geschrieben hast und er gewassen je zeugnis wenn sie sich ein und verklein oder vertigin so war das natürliche religion das wort menschen glauben um gott sin word in so färten es nicht bloß wird menschen um gott sin word glauben die gläuven das noch wieder wenn sie noch in dem New Testament sind wir haben in der Geschichte von der Kirche so viel gesehen wo eine Gruppe Menschen drehen das gelaufen wo wo fragen wo die stehen oder wo die wo die die sterben ist Himmel oder Hall so färten die Menschheit man hat so wichtig dass Gott sein wird so sein predigen und immer was an denken haben ab wo nicht an sein wird leben aber so färten wenn ein Mensch wird freuen wo es ist du mit Gott sie sagen Und es ist eine natürliche Religion, das ist auf dem Boden von Himmel, das hat Gott zu tun, aber das ist weltlich, das ist vernieuert. Das stimmt so fern mit dem, was wir von der Welt wissen. In der Welt, wir wissen, dass der Dollar schafft, die Grathe, was wir in Lohn sind. Wir wissen, dass wenn ich schuhe, wenn ich irgendwer, was damit da, dann werde ich damit zurückgehen. Das merkt alle Sachen in unserem Kopf, in unserem Seil, in unserem Verstand. Das merkt alle Sachen, dass es für Gott geht, wie er es geht, wie er es schlacht hat. Und da wäre es, dass der Kug immer so leicht zum Trägen nicht geht. Eine Vertriebe und auch sein Reich mit Gott, wie er es in der rechten Gruppe ist. Aber klar, so ist der Euer von Gott, wo er es vom Himmel, über all die, wo er es hat, in der rechten Gruppe ist. Dort redet bloß von Sonne, wo er noch nicht mehr will, wo er es hat. Noch viel mehr wie, noch viel mehr wie, wo Gott es hat, wir können so sehr studieren, wir können lesen, wir können weiß, wo Gott verlangt. Nein, das soll uns alle, was du bringen, wo wir kreikweiten, wo Gott ist angekommen. Nein, das soll noch mehr werden, wo wir keinen kreikweiten, wo wir nicht noch machen haben, oder wo wir keinen reich werden mit Gott. Das soll alle werden. So, wenn Gott das Wort verhören, wird jener gewassen, die haben keine Bibel, die haben jener gewassen, gesündig, und Gott hält ihn dort für, wo es fehlt uns. Ich kann das mit Graslichem daran denken, dass Sonne wird, du in Sonne Quark sein, wo der Wort hat, was so klein gepredigt, ob er dir nicht von mir geboren war. Dort einmal bloß war er aufschrieben, und aufschrieben, und aufschrieben, und aufschrieben, und aufschrieben, und aufschrieben, und aufschrieben. Für Sonne wird der Hall heute sein, als für Sonne, wo du in Sonne in der Quark warst, wo das nicht so klein gepredigt wurde. So, wir haben eine gute Gelegenheit, dass wir Sachen merken, dass wir reich tun mit Gott, wenn wir Gott sind, wo wir so klein haben. So, da ich das, Paulus, so gesagt, hat er will, dass bloß rückbringt, wo euer klein ist, und wo schwatten wird Gott aus. Gott sind gesagt, wo Gott sind gesagt wird, hat er will, dass Gott sind gesagt wird, hat er will, dass er will, dass er nicht so klein ist, und er will, dass er will, dass er nicht so klein ist. Ich sage, ich habe gesagt, ich habe das Wort für Gottes Wormer, und ich habe es nicht genug, wir wollen noch mit dem reden. Aber so steht jetzt, wenn Sie das Argument wieder sehen, in Rheuma Kapitel 3 Vers 1 sagt er nach Wotan, sind wir beten, ob keine Wahrheit, weil wir alle Eier gewesen sind, dort beten Jüden und Griechen, oder unter den Sehen sind. So das ist wie ein Polis, ein Argument, das, warum der das so klar, so schwarzen wird, rüberbringt, als bloß du, du kannst keiner sagen, wo du sagst, weil, das für das Nächste, für das Radung, für das Genug, für das Vergebnis, mir verirrt das nicht, wie ein Akt sein, wie ein Hursum gewasst. Ich will ein klein bisschen Matthäus drehen, du sollst eine Versch lesen. Jesus, der sei so ist, ist Polis hier der, in ein paar verschiedene Taten, er bringt in der Städte, der fützt den Menschen von der Genug, der erreden hat, den Wach für Vergebnis, weil sie wollen weiter von euch leben. in Matthäus, Kapitel 19, Vers 37, und check, eine keimende Arm und seht, gute Meister, wort vergoldet soll aktuellen, um dort eiviert Leben zu haben. Hi, aber seht am, wort nannst du mir gaut, du hast keine Gaut, bitte einer, Gaut. Aber wenn du in deinem Leben nennst, dann hält er die Bauten. So sagt er, in ein paar verschiedenen Taten, wo er ja ist, sei er die Antwort, die Polis hier hat. Und dort wird bloß, wenn ein Mensch eine Vergebnis siegen kann, oder er hat Wahl, dann muss er gleich wissen, wo sei er neidisch, und dort fehlt. Wo sei er neidisch, und wo schlägt, das sind wir. Und so, Jesus war nicht, wir wissen, dass Jesus auch klar hat, ein von jedem Ritt gebracht, lebt an mir, und die wollen, dass ich das Leben habe. Aber in Tien ist da, wo er weiß, dass diese Person, die hat ein großer Vertrauen, an wo die hat der Gesatz erfüllt. Dann sagt er nicht, das läuft an mir. Dann sagt er, da hat er die Gesatz. Und er soll, was du kommst, wo er, wo er, wo er, wo er, kann sein, wo er abbrechtig wird, und sehen in das Wort, und dann kann sein, ob er die Gesatz nicht verbracht, wo er dann nicht. Und so, kriegt er es an, an Pinkstag, es ist ein Mann, der das sein kann, es ist ein Gespeck geworden, er erfordert, und er kann sein, wie, nicht bloß, habe ich jeden Gott gesündigt, nun habe ich Gott noch gekriegt. Mann und Brüder, was haben wir dann? Wir sollen, was du kommst. Und das, das, einmal, was Jesus will, das, was Paulus will, in seiner Brüder, will er ganz klar rüberbringen, wo streng der Gesatz ist. Eier, die dort, anstürt, kann auch sein, wo, wo vor dich, Gott sind die Gnudas. Da war, nur noch drei, in der zweite Korinther, in der erste Korinther, Kapitel 2, verschnitten. Aber so es geschrieben steht, wo Cain Ui je seinen, en Cain Ui je hiert haf, en Cain manzin, hod je kummen es, haf Gott reut gemerkt, verdei, dei am Leifen. So, ich weiß nicht, wer, wo fährt, denn diese Versche, hann ich hiert, eich, er ist ein Junge, ich hätt, ich fährt, in dieser Versche, ich hätt, und da war, immer so, rüttgebrach, von wo scheinen, wat Himmel seien, wo, wo fähne, wat seien, wenn wir start seien, en Cain Ui, haf gesäen, und Cain Ui, haf gehet, und da hat noch, noch ein, ein, manchin, hod neigkomm, wo goht, du wat seien. Das nicht, von wo wir reden, da, war da, wenn wir, wenn wir, weiten, von Wohne schrafen, wie vertellen, en wie, wie die, ganze Riemen, chanden, en hier besonders, das ist ein, Old Testament schrafen, aber dat steht, geschreven, aber so ist dat, geschreven, steht, en Jesaja, Jesaja, feier saß, nicht feier, du stundet, geschreven, dort, nach Cain Ui, haf gehet, nach Cain Ui, haf gehet, en nach, wie nach, in Cain Manchin, hort neigekomm, wort Gott reitgemerkt, haf, for dei, wort ne abarm, lüren, da. So, dat wir nicht, dat red hier nicht, van Hippel, dat red van, dat red van, wat, Säure verbeteret, dat red van, jaises Salz, dat red van, de Opfer, wort, wort, wort Gott haf reitgemerkt, for dei, wort ne abarm, lüren. And so, nu, dat, dat ask euch, meia, an Geheimnis, dat ask euch, meia, verstärken, in der Old Testament, wird dat, in der Old Testament, hat noch keun, Old Testament, perfeit. De haun, die haun, die wasserlinge, professiert, ober, ober, dit, wat we van der, weiten. Dit, wat we, nu, alhan, in anse, Nieetestament. So klar, is, wie kan, diese Eradung studieren, en fin, diese Eradung, weiten. Dot via, dot via, verand noch, in, in, grotet Geheimnis. De, konnet, metze, seien, is, mitten, dunkele, glos, er, konnet, wat, soigen, van, de her, en, de her, de her, de her, de her, creëen, en, du, as, na, seien, du, as, na, bas, je, bit, van, wat we, nu, kan, weiten, wisten, da, ober, dan, polis, de, brink, des, schraff, ruit, we, in, he, wal, dat, klo, me, en, wo, we, juh, haf, na, keimel, je, zang, o, je, het, or, haf, na, mo, en, man, sin, hort, nan, gom, wat, god, haf, raud, mek, for, di, wat, an, am, luren, vi, weet, dat, da, da, radonk, gons, aiviet, leven, en, en, gons, fejevnis, en, da, vi, gons, van, gos, vorn, van, de, man, van, wat, in, man, as, os, mo, de, yes, van, man, die, in, am, as, gons, zo, vorn, gons, vorn, god, as, os, blouse, de, yes, de, yes, goddess, so, all, vi, all, vorn, van, ni, 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 goddess, ni, kreem, do, vi, ni, so, klo, in, ons, wo, in, de, old, testament, nog, kan, u, hod, je, zain, nog, keun, u, had, ge, hiet, en, vi, en, keun, mon, sin, ho, n, kum, des, radon, wor, ni, han, en, jesus, de, as, de, kan, vi, den, den, helen, jes, en, dor, as, dor, ap, vi, fost, vertröen, ober, vi, hab, ni, den, jes, van, van, wald, kreem, ober, den, jes, van, god, zodat, die, weiten, kan, wor, ons, van, god, geschenken, as, so, de, jes, van, wald, krex, se, du, ass, du, de, weiten, du, raak, en, de, weiten, du, us, na, na, du, en, struf, ve, da, dat, 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 wat, de, wud, god, anst, nie, to, dat, wie, nou, evit, lewe, han, v, an, na, arbet, wat, on, man, ja, haf, dat, Und so, die natürliche Religion, der war immer die Religion, die wir vertreten haben, dass ich glaube, ich bin reich mit Gott, wenn mein Leben beweist hat. Ich bin reich mit Gott, wenn ich die rechte Dinge mache. Ich hoffe, wir tun rechte Dinge, wenn wir sind reich mit Gott. Aber wenn wir uns prüfen, immer was ich prüfen, dann wusste ich mit Gott, weil wir dort immer die Religion, wo es sein wird, wo es sein wird. Wo kann ein Mensch reich werden mit Gott? Wenn wir all gesündig haben mit Gott, und nun war er träg und reich sein mit Gott. Versteht ihr? Wovon wir auch reden, nicht in wir die menschliche Wahrheit lehrt, aber in so einem, der der hellige Jes lehrt, und wir glicken jetzliche Dinge jetzlich. Aber der natürliche Mensch nimmt nicht um die Dinge von Jesch Gottes, der sein vor allem einen Dom hat, und er kann dich nicht verstehen, wer es dem Motten jetzlich gerecht wird. Ich kann auch denken, dass ich johendrin in Neger Falls, wie wir in der Vergangenheit, wie wir in der Vergangenheit mit den Eiffenjelien mitdeilen, und wenn du ein Wort, da wir nicht ganz muslimanisch, aber das sind Sikhs, dort ist ein Messer, und ich vertelle dir das Eiffenjelien. Und ich brücke seit dem Olden Testament, ich rede von, in dem Olden Testament, du musst Opfer sein für den Sinn. Die Menschen haben alle gesündig, und dann müssen die Priester ein Lohn nehmen, wo du ganz rein bist, ein Jahr alt bist, nicht blind, nicht lohn, die Opfer müssen perfekt sein. Die müssen das Lohn nehmen, und das Opfer in der Stadt von den Menschen. Dieser, der sieht, oh, das ist nicht reich. Du sollst keinen Lohn für mich sterben. Wenn ich gesündig bin, dann soll ich sterben. Dann muss das nicht sein, wenn man auch der Olden Testament Opfer hat. Dort wird Gott blöd nehmen von einem Tier, weil wir das Sinn getan haben. Und dort ist es gleich, wie in dieser natürlichen Religion, wo ein Mensch ist. Aber Gott sein wird, weil er uns dort immer weiter umbohren, dass, ja, natürlich, wir können nicht reich werden mit Gott. Wir haben alle gesündig, für Gott, jeden Gott, und wir sind alle Sender. Und wir sind alle Karte gekommen, von diesem Reich, von diesem Herrlichkeit, und nun, als Gott ist in eurem Abwand, und als einzig Hup, als Wurde Gottes nach Widersach von Genug und Jesus. Noch eine Vers, dann will ich geschlossen. Reimer, Kapitel 12, Vers 2, sag ich, und stelle nicht diese Welt gleich, ob er wird verwandelt, durch die Ernährung von ihnen sein. So war das, diese Welt, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir uns, Eif und Jäulem, wir würden nicht wirklich in Eif und Jäulem sein, aber wenn wir, wenn wir anderen, anfangs da, vertrauen, dort, weil all seine, wo du jeder, sind nach einer Kirche, und wo du Geld geben, und wo du so und so, nicht haben, dann, wenn die, mehr Gute, wo ich in Hane schlachte, die, wo ich begann, reich umgekommen. Dort, da würde die Welt viel mehr sein, anmerken, ist das Eif und Jäulem, was wir haben. Wenn, wenn, dort, dort, natürlich, aber wir sollen, an dieser Welt nicht gleichstellen, aber wir sind verwandelt, durch die Ernährung von ihnen sein. So, ans, ans Denken soll Anderen. Und einmal war dann, Gott sei Dank, wird es so wichtig, dann, da wir lesen, dann, und lesen, dann, dort ans Denken, ist ganz, geändert worden, wo Gott denken wird. Doch wir haben alles Denken, wo Gott uns da hat, wie gleich. Nein, auch nur dem, einmal war dann, lesen, und studieren, dort, wie das im Denken holen. Wenn du hast, das natürliche Religion, der ist jen, der Eif und Jäulem. Der ist jen, der Wahrheit, wort wir haben, ogenommen, und wort wir glauben, und wort wir uns geradet haben. So, wenn wir nicht, ans Ein oder, einmal war dann Denken halten, wort Gott sind, wort er sein, von Verratung. Dort geht, eine Generation, die nächste Generation, bald, also war dann eine ganze Kierke, wo, wo, die wurden, vielleicht haben sie noch einmal, der rechte wird, aber, wirklich im Glauben, die Glauben, die sind dann direkt mit Gott, wenn sie kommen, jeder ist dann noch eine Kierke. Und so, da wäre es so wichtig, dort, wie immer war, das Evangelium, rüberbringen. ist die Kierke, eine Kierke, die Geschichte, ist immer, als das, viel Dollar, in ihr vor, dort, diese Port, von der, natürliche Religion, in Trübel, wir, dort Menschen, immer war, wollen, trägung, zu, wie sind, die Räder, durch unsere Wohin. Kierke haben immer, war, wollen, trägung, zu, du haben. Von der ersten Tag, haben wir ein Unterritt, hier, hier vor, wo, durch Kierkeken gefährlich ist, und dort ist, exakt, gleich mit Gott, wie ein, exakt, bloß, so eine, wo soll ich das sein, eine Person, wo du bloß so special bist. So, so, kreakt, so ist, ihr Schammer, den Menschen, die werden, so leicht gesatzlich, von der, die Welt, die, 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 eine andere, andere, weiter, kann, die, von der, die, 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 in der Welt, die, all, ein Trophy, für so eine, wo du bloß, du, keimst, nur, du, du, keimst, nicht, die, alle, ein Trophy, wir, nicht, alle, gewann, an, wenn, ihr, sind, alle, so eine, feine, person, alle, so special, Gott, haf, so eine, große, lau, für jüngst, krankend, und, wo, die, down, Gott, ähm, wo, sein, hat immer, Gott, hoff, nicht, die, sind, aber, den, sind, das, ganz, reich, krankst, ist, die, welt, nicht, so, seien, weil, merken, dort, keine, verspieler, seien, sind, alle, gewann, dort, ist, der, ist, in, die, reich, 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 mit, Gott, bloß, wenn, so eine, feine, besondere, Menschen, und, das, so, wie, nicht, immer, war, da, wenn, da, auch, und, dort, reich, mit, Gott, weinen, was, was, besonder, man, reich, ob, ob, und, sie, nun, kommen, Gott, sag, ei, will, ich, do it, nicht, will, ich, do it, verspricht, und, nicht, weinen, die, sind, besonder, für, Menschen, die, sind, nicht, aber, ich, ob, Isaac, und, Jakob, verspricht, und, ich, dort, nicht, brechen. Und, so, Nun, von dem, als dort nach Hamann, da wurde er gleich nach Ammer sagen, aber das ist der eine hier vor, wo er, oh, Gott hat es live, und er hat so eine live für uns, wo wir leben, wo wir leben, wo wir glauben, wo wir glauben, Gott wird wirklich keinem in der Hallen schmieden. Das ist universal salvation, was die Sonne haben. Und so dort, als von dem, wo wir das sein, an der Kirchen entkommt. Weil wir Gott sind gut studieren, und glauben, wo das sag, an Ammer war er, right, zentam, wo Ammer, der Welt, haf, prof, du, nenn, dort, maat, du, rüt, und der, wacht, dort, wir, dort, rüt, down, es mei, Gott sind gut. Gott sind gut, du, nenn, und krank, und wir brauchen nicht krank, weiten, wo viel wir, der Welt, arach, denkt. Wir brauchen bloß, wo, wo wir, kann, rach, denkt.